Heidi Klum hängt die Unterwäsche an den Nagel. Das ehemalige Victoria's Secret Model will nicht mehr in Dessous über den Catwalk laufen. Das verrät sie in der Talkshow Access Hollywood. Sie sagt, da sie nun 40 sei, halte sie das nicht mehr für angemessen. Heidi geht also in den wohlverdienten Unterwäsche-Ruhestand. Macht aber nichts. Es gibt genügend Models, die würdige Nachfolgerinnen sind. Zum Beispiel Victoria's Secret Angel Candice Warnepool, die die gleiche positive Ausstrahlung wie Heidi hat, wie sie beim Fitting das Fantasy Brows beweist. Oder Kate Upton, die noch ein bisschen üppiger als Heidi daherkommt. Beati Prinslow ist frech und sexy und Carly Kloss ein echter Paradiesvogel.